Servus. Willkommen gerade wieder zurück. Die dritte Folge, wo ich jetzt direkt an M-Dach aufnehme. Aber wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal. Und zwar, genau, ja, nach oben bitte. Hi, hi. Hi, hi, da ist es auch wieder. Logisch. Was hat es mit dem Schiff auf sich? Weil wir vorhin ja das, das, das Dreieck da gebraucht haben. So, irgendwie so irgendwas da. Wir brauchen quasi den Stab der Wahrheit. Und auf dem Schiff ist eine Tür, die ist verschlossen und die kann man erst öffnen, wenn man das alles schon gemacht hat. Ja. Und dann gehen wir. Wo ist sie dann? Ah, die rennt schon wieder. Die rennt schon wieder. Alter, guck mal, das sind lauter Schildgeräte. My Lieber, schuldige. Ach so, vielleicht habe ich noch nicht aufgenommen an dem Dach. Seh ich mal. Haha. Willst du das machen, oder? Ah, dann gehen wir zusammen, nein. Ach jo, aber erst mal, also suche ich mal so ein bisschen Essen und Geld. Was ist das auch wieder, du? Geld, Alter, Geld. Geld, Flasche, Taucherflasche. Ja. Schnacks. Also mach du es mal. Moment, warte mal. Oh, da gibt mir auch Schlaufe, du, wenn ich mal bocke. Steht ja wohl noch Cola rum, nein. Soll ich das aufmachen? Ah jo. Okay. Ah. Ah. Da ist auch dieses Pferd links, Neverdeal. Ja, stimmt. Ah, ha jo. Da ist es. Da ist es. Ich hebs. Mich ach. Ja, was macht man wieder mit? Warte mal. Gibt es da noch was cooles? Naja, außer wir verschießen in den Bett nichts. Außer im verschissen in den Bett. Wir gehen jetzt mal raus. Ja. Dann guck ich mal, was das ist. Ja, erst mal gucke, was das ist. Ah, wo ist es? Da ist es. Hm, Moment. Okay, wir müssen jetzt so wieder dahin. Zu unserem grünen Fähnchen müssen wir laufen. Wo ist denn, wo ist denn das Scheiße? Ich sehne es nicht. Das ist bei dem Stoff. Links, Neverdra. Stoff, Neverdra. Was? Bei dem Stoff und dann links, Neverdra. Ah, links, Neverdra. Das ist so ein spitzes Türmschiff. Ausrüsten. Ja. Oh, geil. Ich hab's in der Hand. Und jetzt, jetzt geht's zum Ding. Jetzt machen wir, jetzt machen wir einen Nächel mit Kipp. Oh. Und wieder Läfe, ne? Drei Stimmen. Ja. Mies mal, du findest Schnee wieder, ne? Mhm. Puh, das wird interessant. Aber zum Glück ist drin gleich. Äh, Feier! Ah ja, stimmt. Jörg, du kriegst immer mit Dodi. Nein. Denkst du, die Haie... Was? Es hieß mal, dass die Haie zwar... Also... Das hast du schon mal gesagt, ja. Ja. Ich hab immer noch den Drang da zu gucken, aber ich trau mich nicht. Guck doch. Weißt du, dass ich tot dann? Ja. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Der tötet gar nichts. Geht da nicht. Also, zum grünen Fähnchen. Siehst du das grüne Fähnchen? Ich sehe das grüne Fähnchen, ja. Gut. Grüne Fähnchen. 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 Eine Fahne. Eine Fahne. Eine Fahne. Fahne. Chikori, Chikori. Na? Versteht sie? Ich weiß schon. Chikori, Chikori. Come alone. Okay. Aber ich kann ein bisschen Chikori essen. Hab ich Chikori? Ich hab kein Chikori mehr. Jetzt bin ich ne Miserd. Wachst doch überall an jedem Strauch. Jedem Strauch. Zwei Blattsalate gegessen. Äh, gefindet. Blattsalate? Blattsalate, ja. Mhm. Ich würd voll gern, dass dieser Wurm nochmal kommt. Das war richtig lustig. Ich find's voll schade, dass wir sowas nicht auf Video haben. Hämmertal hinter Video? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Weil sonst hättest du das niemals gesagt, was du davor gesagt hast. Ja. Oh oh. Ja, solang es nur sowas kleines ist, ist doch alles super. Oh ja. Schau eh ne, dann geht man schon wieder aufs Loch. Der ist weiß. Ja und? Geht man trotzdem aufs Loch? Ja, block mal ab vielleicht. Oh, der hat aber trotzdem verliert mein Leben. Ja. Ja? Jetzt ist er am Bämndorf geklettert, ja. Das ist Penner. Renn einfach rein. Das ist natürlich perfekt, wenn der Bämndorf ist, ne? Ja, du brauchst aber nicht abzuhacken, weil bis du den abkacktosch ist der... Er ist schon weg, er ist schon neben mir da drauf. Sicher? Ich bin mal sogar ganz nicht, ja. Okay, geh mal weiter. Ich stehe durch den Block immer noch. Ich hätte noch einen, ne? Ja. Ich bin bestimmt... Ich bin bestimmt... Das kann sein. Ruhst du dich ach, was da hinten dran ist? Ja. Ah, langsam. Dein Schreie tut in meinem Kopf weh. Ah, ehrlich? Ja. Und nicht wenn nicht. Hm. Muss ich was ändern. Erstmal nochmal schreien. Sport. Genau. Ah! Nicht runterfallen. Nicht. Was magst du? Okay. Hey. Was war denn das, Ewe? War das mit Absicht, oder? Ja, natür... Hä? Hab ich hier voll runtergerennt? Ja, einfach drauf. Los. Ich dachte mir so... So viel was hast du zu verlieren. Ja. Ach. Wo ist die Höhle des Grauens? Oh, liebe Leid, noch 3 Uhr entfernt. Ein Harse. Oh, liebe Leid. Da ist Schlamm. Oh, gleich aufnehmen. Oh, gleich aufnehmen. So, so geflasht. Mhm. Flaschwurst. 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 Mehr Rettich. Sauce. Ah, das sind aber Flasch, knapp. Ja mal. Boah. Kotelettengrumbierbrei. Mhm. Jetzt geht's nur von's Kalte. Ja, ich spür's schon. Ob man doch Riffell findet. Ja, aber nur ein bisschen. Alter. Machen wir die Leid nicht so miete? Ich bin übel müde gerade. Ja. Kann dir wohl jemand in den Kommentaren schreiben, wobei ich geschlafen ist? Kleine Aussteckung da. Nein. Ah, doch. Aber hallo. Äh. Ähm, das ist was großes. Ja. Schuss kehrt. Ja. Machen Sie sich umdrehen und gucken. Nichts zu sehen. Und dann stehen da immer so. Bäm. Und die sehen halt so rosa aus. Geh mal da vorne, Nufte. Aha. Ne, das ist doch klar, du Angst. Die sind da vorne, Nufte. Ja. Ich will aber wissen, wo da jetzt ist, weil das macht mal ein bisschen Angst. Ja, der nervt uns jetzt nicht. Ja, aber. Aber ist eine schwedische Popgruppe, oder? Ja. Was war das? Ich bin schon im Schnee. Also irgendwas rappelt doch da. Ja. Ja. Dir ist kalt und du bist nass. Ich sehe mal nichts grad. Ich gucke auch nicht. Scheiße. Scheiße. Das machst du so kalt. Ja, ich finde das voll blöd. Blöd. Aber du bist unser Hit. Was? Ja, aber wir müssen da jetzt nicht hin. Uns noch wärmen, wenn da drin gleich unser Lagerfeuer ist. Vollm Lagerfeuer. Lagerfeuer in die Höhle. So ist sie. Schnell, nein. Oh, ich bin drin. Haha. Ich kann nichts mehr aufhalten. Spaß. Wo schießt du Lagerfeuer? Ja, wir müssen doch da erst hinrennen, weil wir finden es nicht mehr. Spaß. Dann einfach. Einfach rennen. Weil hier drin besucht uns glaube ich nichts. Mensch. Mhm. Ich hasse es so, wenn man nicht rennen kann. Ja. Jetzt wird sie schon fertig von mir. So ist's. So ist's. Achtung. Es brennt. Oh, es ist gut. Oh, es ist gut. Oh, es ist gut. Mach schnell Eis. Du fröhst dich selber mit. Oh, herrlich. So. Ajo. So. Mir ist immer mehr Milch. Mhm. Oh, da müssen wir, ne? Ja. Ich spring mal. Ja, genau. Ich bin richtig gespannt gerade, was so auf uns zukommt. Du auch? Ja. Wahrscheinlich einfach nichts. Spacko. So. Machst du das oder mach ich das? Äh. Mir egal eigentlich. Möchtest du's machen? Es geht. Es geht. Ich mag's, okay. Achtung. Und lass. Was? Was filmen wir da jetzt? Oh, das ist auch... Na toll. Oh, nee. Gummul. Da oben liegt was. Die Beten du was auch. Ja, das ist dieses komische Teilchen da, wo ich in der Hand hab jetzt. Äh, wieso schützt du nur du ins? Habe ich nur eins jetzt? Ja. Ich kann das jetzt überall hinstecken einfach, glaub ich. Oh, krieg ich so als Kennes? Nein, nein. Okay, warte mal. Ich, ähm... Ich nehm jetzt... Wir rennen jetzt zu uns nach Hause. Ja. Und da bauen wir's auf. Okay? Okay. Okay. Das ist immer cool, du. Okay. Los geht's. Let's go. Heißt du ihn, wer mitnimmst du? Natürlich nicht. Scheiße. Das heißt, wir wären dann doch sicher, oder was? Schätze ich. Quasi schon. Also, anscheinend kann man das in verschiedenen Farben, ähm, ausrichten. Also, man kann auch, äh, die Gegner noch stärker machen. Äh. Okay. Ich würd sagen, es reicht so. Weißt du, wie das geht? Mit Wasserfarben, oder was? Ja. Ich glaub, blau ist friedlich. Ich guck, wenn nicht, dann guck ich doch mal. Guck mal, neue Gegenstände. Ich muss jetzt mal gucken, was neue Gegenstände sind, okay? Ja, guck mal. Äh. B. Neue B-Gegenstände. Was? Das sind gar keine Gegenstände. Wo, 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 wo sind Gegenstände? Da unten kam so ne Nachricht. Habe ich vorhin gar nichts sehe, scheiße. Ich seh aber auch nichts Neues. Ah, doch! Wodann? Wir können so ne Family bauen. Wie cool! So ne Family können wir bauen. Das sind so Totems. Wir könnten ein Auto bauen. Einen Hund. Einen Fernseher. Bitte was? Ey, wie lustig. Also, ich, ich finde, fortgeschrittene? Doch das ist, ähm. Auch da, sitzender Tivi. Auto? Fahrt das auch, ne ne? 100. Also, ich meine, 121 beim Stimmen, alter. Hey cool, ja? Ey, das wird richtig geil. Ja. Das wird lustig. Denkst du, das kann man auch fahren, das Auto? Ne, glaube ich nicht. Ah, dann ist es ja unnötig. Ja, dann bringt ja gar nichts. Bist du schon draus? Nein. Und es ist dunkel, ne? Ja. Dann gehen wir da gleich erst mal ratzen eine Stunde. Ah, das war eine gute Idee von mir wieder, ne? Und dann gehen wir gleich... Ah, siehst du, wie sie da rennen? Und wir sind weg. Juhu, ich habe meine Tasche gepackt. Aber, dieses müssen wir als erstmal dort...destroyen. Ja. Geht was schon schlafen, überhaupt? Ich gucke mal. Ähm. Nope. Noch nicht? Oh-oh. Noch lange? Hm. Jetzt noch. Können wir uns noch eine Rehe gefangen, oder was? oder einfach so ein typ du bist fett und dir ist kalt ich habe unsere tasche gekackt äh gepackt das scheiß licht ich hab mir selber einer gefangen grad ein stift ja so ein schneehaus und dreckige ja und du musst nicht durch zielschnitt mit deinem fall sondern du ziehst mit dem stock wo aber drüber ist dann wäre es ein stück aus aber er friert er friert er friert sich zu tode was passiert eigentlich wenn ich da jetzt mit haarspray drauf sprühe zum glück nix vielleicht studern haus zuerst auf horchen schon drauf jetzt nicht dann werde ich meine ich weiß nicht ob ein haus genug ist das fress ich jetzt will einer ist genug juhu auch nicht wollte gar nicht denn mit dem mit dem dinge töten sondern mittels wille alter danke bitte jederzeit wieder es muss essen so viel was soll ich denn essen was soll ich denn essen was soll ich denn essen scheinze man die Tür schlüpft die falsche Zeit boah das dauert noch ewig bis man schlurfen kann alter ich komme nicht mehr aus dem haus raus aber jetzt voll die Tür ich das sollte schon tode was genau wenn ich Schlafen können wir immer noch nicht. Aua, ich hab einen Harsel, Sophie. Ich hab einen Harsel. Schon wieder. Ja. Ich hab auch viele Steine verschossen eben. Weil ich kann das ja nicht. Oh, er friert sofort wieder. Ich hab mal eine Tasche gepackt. Scheiß Dreckshaas. Ich schieß wieder stehe, wisch? Deine? Mhm. Morgen soll es nur bis zu 8 Grad werden. Ja, gut. Ich wär munter. Ich mach's egal. Schaffee, schaffee. Was machst du denn? Äh, ich bin wüter. Ah, wir kicken die uns schon fast einfach Läufe, ne? Eigentlich schon. Ein paar Läufe? Ja. Auf geht's, Katana. Du bist fett und dir ist kalt. Vorst du, das überlebt ja nun. Mhm. Und du rennst gleich wieder einer. Echt jetzt? Aha, aber da ist vorbeigerennt und noch einer. Und du rennst ganz viele. Ernsthaft? Ja. Ja, du leuchtest. Oh Gott, sind das viele. Oh hey. Blucke wieder oder was denn? Ja, einfach rennen. Nein, einfach. Und dann passiert das schon. Ja. Vielleicht auch ohne Lichtrenner, weil... Ich hab, ich hab auch kein Licht, oder? Ist irgendwie hell, gell? Ja. Hey, du Wichser! Ja, haut mich, ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Rette mich! Ah, die Tablet wirkt, seh ich grad. Meine Gesundheit erholt sich. Aber ich bin trotzdem tot. Hast du nicht geblockt, oder was? Doch, ich hab Dingenton genügend mit Angst. Und wollte dann blucke. Danke! Bitteschön. Hello! Okay, wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Äh, hab ich das falsche Haus? Ja. Der Rostroter. Blöd, gell, wieder? Ja. Nächste Jahr, du kommst jetzt. Und dann, dann seh ich's nur, wenn ich einfach wegrenne. Das ist so geil. Genau. Chicory, chicory, was ich finde auf dem Boot, dann wird das mal gefressen. Nun bitte, ne, fein. Mhm. Fühl stark, gerade ein bisschen. Dem typisch verdammt scheiße kalt, ja. Ich würd mal sagen, wir bauen hier kurz ein Lagerfeuer auf. Mensch, das packen wir doch noch. Okay. Das sind noch zwei Minuten, oder so. Mhm. Mhm. Bei guter Führung. Ah, du hast was zum Essen. Gesundisch's nicht, aber... ...ne Kraft, gell. Egal. Wo bin ich, ja? Knob gestürzt. Knob gestürzt, ne? Knob, ja. Ufe gestürzt, Knob gestürzt. Ja. Achtung, das Loch. Oh. Vorlieg, so bin ich, ne? Mhm. Jetzt geht's ab. Läffeln's bis weiter mit zu... Mhm. So passiert schon nix. Mhm. Weil es so viel passiert nix. Mhm. Nein. Nein! Kaum. Wahrscheinlich kommen wir mal heim und wir werden erstmal begrüßt. Von wem? Von du? Nee, weil wir sind... Wir leben keine 30 Tage. Du, schon lange nehm ich. Oh. Es war schön hellgerade. Es ist zäh. Ja, ab dem 30. Tag. Wir sind schon beim 54. So ist das gemeint. Wo bist du jetzt? Ja. Hast du mich verstanden, Ewe? Nein. Wir leben im 54. Tag. Ja. Ja. Also, und ab ein bisschen da kommst du. Wir leben... Papa, wenn wir sterben, ist es wieder bei Tag 1. Und wie oft sind wir jetzt schon gestorben? Ich seh absolut nichts. Ich muss Licht anmachen. Ja. Kannst du auch selber in der Krupp langen, ne? Das will ich ja. Oh ja, ich muss auch Licht anmachen. Warum? Hm? Weil das jetzt gleich kommt. Ja, jetzt kommt's gleich. Weil das immer nämlich schon... Wo wir dann da runter springen können. Dauert noch kurz. Ich hab Hunger, mir ist kalt. Und ich hab keine Energie. Das ist gut. Gute Kombi, ne? Mhm. Alle, wir brauchen schon die Knochte. Liebe. Oh, wio, wah. Das sind wir doch schön. Ah ja. Ich seh bloß auch so üb, wo wir sind. ich bin einfach gesprungen ja ich hab ah jo, tot ne, quatsch aber es tat, äh, es tat weh bei mir gar nicht hola, gleich feier mache oh, dann machen wir noch eins oh, mach warm oh, schön, 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 schön jetzt erst mal so ein Igel drüffelige ich hab absolut kein Essen okay, ich ramme dieses Teil jetzt mal rein ja? wunah? das ist Arterfuck ja, worum ist das hier jetzt, äh, hier, äh, da, äh ne, ich stell's einfach mal hier hin äh, ist, äh hm äh oh, jetzt hab ich's wieder gesammelt ausgesehen das muss man drauf und stecke drauf machen, oder? ne, das steckt jetzt hier so drin aber das leuchtet gar nicht ah, jetzt interessant hm, warte mal very interesting ich geh mal ein bisschen nachtfischen ich geh mal ein bisschen nachtfischen aha aha hm, nicht viel neustier entdeckt, fisch ne, also der ist halt einfach nur da jetzt so, so hm dann text nach so, also der schützt jetzt nur unsere Basisdelle überhaupt ja ich habe aus versehen aber was wir probieren können wir können das rot machen und dann dann kommen böse gegner dann können wir mal gucken wie viel wir aushalten gut schön gut speichern ach ja aber wo speichern bei c aber was fand da auch keine ahnung machen wir dann überschreiben wir dann okay mal schlafen erst oder also ich kann nee weil dann ist wieder abend ach so meine das stimmt ja auch schon jetzt mal froh gedreht und dinge ja nee das ist blau bei mir warte mal wir machen das raus ok nehmen wir mal jetzt gehen wir raus liebe leid liebe leiden jetzt zu hinterher bau hallo ja bei warte klick mal auf links so links klick drauf einfach links klick ja dann will er mit dem speer stechen ich kann doch links klick machen warte mal wir gucken noch mal da steht rot wird durch links aktiviert ja du musst schon in der hand haben wir den dinger ja es werden erhöhte gegner mit artefakt ball spawnt und werden sehr aggressiv wir werden so gerade verrecken jetzt ist er aus er wird ausgemacht hat du musst mal links zerstricken jetzt ist er rot ja das wünschte wirklich ja wir haben hier steine außenrum genau meine steine außenrum glaube ich stelle mich gleich mal auf ein gotterleid komm auch auf einstein ja gut ich glaube sie dass jetzt instante auftauchen immer auf ein andern darüber ich weiß nicht gesagt alter ich nehme den ball und wechseln ja auch du scheiße ich habe ihn reingesteckt normalerweise müssen sie jetzt weggehen so schmeißt er mit feuer auf mich ich komm gehen sie weg jetzt weiß ich nicht aber wie viele da gerannt kam so was schafft doch keiner wenn so viele gerannt kommen eigentlich nicht ne aber wie geil ne eigentlich da kommen sie auch aber die machen nichts der hat ein dachschaden hat glaube ich herr das ist geil schon geil ne ja warte mal ich nehme ihn jetzt einfach mal weg ja und jetzt renkt er arg jetzt ist es rot ja jetzt ist er aus ja jetzt schlacht er achtung jetzt wird es rot und jetzt wird es blau das ist geil jetzt macht er mir nix die rennen da aber alle noch rum ja die rennen alle im kreis ey wieso ist es rot aber es war schon geil ne ja aber wieso ist es stolzert hey da kann man bloß in rot machen warum du musst auf rechts klicken ach so jetzt ist er blau oh hier hast du die große ne ach doch du laufen sie wo mal her mit dem blauen teil soviel soviel jetzt wird es rot ach so kacke die kreis und zieht sofort an du bist so scheiße uah scheiße ich komme wirklich mach es blau ja ich mache mir blau scheiße jetzt ist es mir blau warum mich schicken du ne uah ist das geil die machen jetzt nix hallo aua also so freundlich sind die grad nicht nein der hat mich fast umgebrucht ja ja warum ist der jetzt hingefallen schon auch gefallen alter da macht mal weh so viel was ist was hast du für ein ball drin blau oder ja dann töte mal ihn mal oder äh warte mal noch nicht warum ich brauche erst energie aber ich kann ihn doch schon mal töten willst ja töte ihn töte ihn vertocken baloney töten machen tot na gut wer nicht hören will muss fühlen oder sterben jetzt rennt da die ganze Zeit der Anna um die geilste jetzt rennt da die ganze Zeit hehehehe äh ist das da unter Anna? ja ne ja aber die Anna rennt jetzt alle dort oh ja genau dasselbe bei mir du darfst dich halt nicht in der laufbahnstelle jetzt ist das öh du ey da hat das grüne Ding nicht gekehrt ne das blaue Mönch oh Alter ist das mal voll tot gut he's dead neues tier entdeckt offen weil guck wir sind bei tag eins äh ok ok irgendwie ist das geil aber irgendwie sind wir jetzt fertig und können nichts mehr machen ja das will ich jetzt auch nachbauen warte mal das mal nachschauen da auch noch stock was hä hä ah alle holen was die split alkohol stoff stock ach ne oh das ist mir alles verkehrt sicher ok 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 das ist das 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 Ah, jetzt habe ich den Allshut. Ähm, saugeil! Scham cool, ne? Ja. Jetzt mal einen Zip nehmen. Ja. Sehr geil. Okay, ne? Brauche Energie, Alter. Riecht mal das mit Fisch? Der ist aber frisch. Man muss dann noch nicht getrocknet. Chicken wing, chicken wing, ich esse jetzt Chick-A-Win. Malone, chicken and macaroni. Nur ein Harse essen, schnell ein Harse. Ich bin sehr tired. Ja. Was kehrt eben. Ja. Wie ich ihn habe getötet, wie ich ihn habe getötet. Ah, da sind wir da. Und ausrüsten. Äh, hier. Ah, schönes Ding, du. Okay. Aber ich glaube, das war's dann wohl, ne? Ja. Schöne Fresse dann, dass es mir gut geht. Und jetzt noch so ein schöner Harse. Und dann speichern drin, ne? Ja. Gut. Dann speichern wir mal. Let's go. Let's go. Sie. Äh. Wo ist das? Da. Okay. Gut. Also, das war's dann. Ja, das war's. Ah. Merci fürs Zuschauen. Und bis demnächst. Ich denke, der kommt noch. Die endet auch noch Erfolg. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das stimmt.